Herzlich Willkommen zurück zu Pixelmon Folge 6 Wenn ich das nicht richtig Wenn ich das richtig im Kopf habe Gwenz hat wohl vorhin Team Aqua rasiert Ja Achja, ich hab mich ja eingebuddelt Goro ist noch da Aber eigentlich müsste der jetzt auch aufhören Der Bub Wo ist der denn? Nicht, dass der mich hier irgendwo sieht Und wartet Und lauert Ich müsste nämlich Fisch haben Wir haben ja noch Meryl im Team jetzt Wo ich übrigens Glück gehabt hab Es hätte Level 15 sein dürfen, Level 16 hätte es nicht mehr sein dürfen Hab ich in dem Moment gar nicht drauf geachtet Hab ich Glück gehabt Weil das Pokémon, was man fängt, darf maximal 3 Level stärker sein als das eigene Und es darf auch nur irgendwie 3 Level über Maximallevel sein Das heißt, es darf Level 23 haben In der ersten Woche Okay, Monsieur Gorobei Gehst du jetzt oder nicht? Eigentlich darf er nicht wissen, wo ich bin Ah, hier ist das Center Na, ich geh mal Theoretisch müsste er ja Togetik Aber das ist zu stark Davon hat Chigo ja eins gefangen gehabt Musste es wegschicken Weil das ist relativ selten Ähm Ja Jetzt geht die große Karpador-Suche wieder los Quapsel Mehr gelernt Hier am Rand von der Border Wir können erstmal uns ein Boot bauen Denk ich Und zu den anderen Pokeluts fahren Poliwag Quapsel Nee Mitodos Zack Nehmen die die Dings nicht mehr mit Mirapla Pflanzen-Pokémon Wär ja nicht schlecht zu haben, oder? Ey, Leck, hör auf Betroffen Sehr gut So, jetzt darf ich das natürlich nicht mit Glut angreifen Oh, es hat Egelsamen benutzt So Oddish Komm in meinen Ball Ah, ich hab nur einen Sportball Egal, benutzen wir Ist eigentlich für schnelle Pokémon Aber Wir haben Oddish gefangen Sehr gut Ähm Krass Das müssten wir eben wegbringen Ähm Und gegen Ich weiß nicht Aber wir haben ein Pflanzen-Pokémon Das ist schon mal nicht schlecht Äh Anton Ich hab gerade keine Bälle mit Hab ich genug Ich kann mir mal eben Warte mal Warte mal Ähm Wir sind ja alleine auf dem Server Anton, lauf nicht weg Ich will Anton haben als Wasser-Pokémon Dann tauschen wir es gegen Weil Psycho-Wasser Das ist mega gut eigentlich Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben Ich fang die alle Und ihr schreibt mir in die Kommentare Was ich dann davon Im Endeffekt mitnehmen musste Denkt dran Twirky Also Pannflamm Muss immer im Team sein So Äh Genau Normale Pokébälle Ja Richtig Ich kann mir hiermit jetzt noch ein paar andere machen So Ähm Brauche ich den Amboss Bellsprout Bellsprout So Äh Legen das da drauf Und dann können wir doch hämmern Bellsprout Bellsprout Und versuchen uns mal einen Anton zu fangen So Stehe hier im Regen Und hämmer mir Den Scheiß hier zusammen Unglaublich Unglaublich Nehm ich auf Ja ne Habe ich Start gemacht Ja hab ich Wir müssen ja immer in die Confish schreiben Aber ich hab Start gedrückt Na ja Okay So ich verhunger gleich Das heißt ich brauch echt Fisch Das wird mal Dringend Eisen Eisen Habe ich noch Eisen Ich müsste Eisen noch haben Äh Ja ihr könnt raus Ähm Ich hab gar nicht mal so viele blaue Aber die kann ich auch mal eben hier reinpacken Eisen Ah ich hab aber noch Eisenhalbkugeln Haha Kriegen wir einen schon mal raus Ich muss mir eh noch Ah ne Steine hab ich auch noch An alles gedacht hier So Haben wir schon wieder drei Bälle Können uns in der Zeit Wo die hier durch Anton ist weg Hat Quapsel das gerade Zert Deppert Du Mistvieh Egal Pokébälle brauchen wir so oder so Ähm Nehmen wir alles mit So wie ging die Superbälle Die ging so ne Genau Haben wir schon mal vier Können wir uns auch eben kloppen Solange wir allein auf dem Server sind Können wir uns vorbereiten Ah Poliwag Hallo Remora Ne das sind Goldini ne Was da drin schwimmt im Wasser Ne das will ich jetzt nicht unbedingt Da ist ein Escapador Aber das ist ja wieder unerreichbar Weil die mega schnell sind Wenn die Platz haben So Und So Nice So Jetzt muss ich mir aber auch nochmal Ich hab kein Eisen mehr Habe ich das irgendwo liegen lassen Bestimmt Ist das da hinten noch in dem Loch Habe ich das liegen lassen Oh ne Da müssen wir jetzt nochmal hin Shit Aber hiermit ging das so auch ne Kann ich damit denn Wenn ich mir die Hämmer hier Mach da gar nicht Doch Wenn ich mir die hier kloppe Kann ich daraus auch einen normalen Ball machen Oder sind die für andere Bälle Ist jetzt die Frage Wie lange habe ich noch Zeit Sieben Minuten Da gehen wir auf jeden Fall nochmal Hinten in die Ecke Das ist ja nicht weit weg Ich muss eh nochmal zum Pokémon Center Mirapla Ist noch schwach Wir können es aber trainieren Kann ich damit jetzt den Superball bauen Jawohl Okay Shit In der Zeit hätte ich noch Steine backen können Ich habe gesehen Dass ich es weggeschmissen habe Keine Sorge So Während das Backen tut Gucke ich mal eben Danke Und den Regensound Aus So Hätte ich viel früher machen können Da hinten ist noch ein Noch eine Aprikot Aprikoko Können wir damit noch zwei Bälle bauen Und dann sind wir doch schon mal ausgestattet Sehr gut Nehmen wir alles mit Äh Ich dachte der geht jetzt kaputt Das wäre so doof gewesen Ich muss noch mal Warte mal Ich muss noch mal eben eine Axt bauen Das dauert immer zu lange Äh Das passiert mir so oft So oft passiert mir das Was ich Äxte so bauen will Oder sonst was anderes Eigentlich brauche ich Essen Wie gesagt So Weil ich verhunger hier gerade Elendig Blutzuck Blutzuck Schaffe ich dich denn? Gucken wir mal Nein Ich kratze But it failed Danke Okay wir schaffen es aber oder? Scheiß Poison Ich will es nur trainieren Ich will nämlich dass Oh shit Hat gereicht Nice Level up 15 Es entwickelt sich Nice Gut Haben wir doch noch was geschafft In der Fondenten ist Traumato oder? Entwicklungen sollten nicht zur Folgenlänge zählen Es dauert so lange Dein Pamper wurde zu einem Pampyro Nice Es wird Tempo-Heep lernen Das ist die Kampfattacke Die wir unbedingt brauchen Nice So Jetzt haben wir zumindest schon mal einen Typ Kampf-Pokémon Kampf-Typ Typ-Kampf-Kampf-Typ So Smogon Warte mal Wo ist das Poké-Center? Es ist zwar nicht schwer Die Seite zu finden Wo das Poké-Center ist Aber in welche Richtung ist es? Das ist immer so ein So ein Kunststück Haben wir hier eine Map drauf? Ne, haben wir nicht Äh Ich kam doch von hier, oder? Ne, da ist das Steingebiet Das heißt Wir müssen in die Richtung Brauche ich mir eben ein Boot Das wäre ganz cool Ein Boot bauen Was? Äh, ich brauche Holz Wir müssen uns allgemein mal ein bisschen Holz mitnehmen Hallo Lex Ne, doch nicht Lex Ich bin einfach nur verpeilt So Ich habe immer noch die Sonnenbrille auf Ich muss meinen Skin mal Ändern Lass mich in Ruhe So Oh, Vanilla Hör auf Nicht jetzt Hallo Boot So Shigo Ich glaube, Shigo will Vanilla jagen Hm Ich bleib mal hier schön auf dem Wasser Ich glaube, die wollen sich jagen Ich will aber mein Eisen holen Scheiße Scheiße, scheiße Shigo, ich weiß nicht, was Shigo hat Vanilla weiß ich auch nicht, was sie hat Warum sind Ach, das ist ein Smog Mog Deswegen so riesig Da, 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 da läuft sie Shigo Ne, Vanilla Okay Sie sieht mich nicht Oh Gott Pixelspaß auch Oh, jetzt geht es aber ab hier Okay, jetzt muss ich auffassen Schiff Du sollst da in die Richtung Alter Haut doch ab Ist doch nicht euer Ernst Der steht da Ne, das ist ein Trainer Das ist doch nicht euer verkackter Ernst Ich will ins Center Okay, Planänderung Wir gucken wegen meinem Eisen Hallo Hut, Hut Du schwimmst hier, glaube ich Seit der ersten Folge rum Das ist nicht euer Ernst So Ich will raus aus dem Boot Ich hasse das Boot Wisst ihr das? So Kann man das wieder irgendwie Sachse auch Was wollt ihr mich verarschen? Bin ich hier durch den Boden? Ich bin durch den Boden rein, oder? Hier war doch irgendwo ein Loch Da Ne, das war ich nicht Hier war jemand anders Äh Brauch fackeln So Wieder rein ins Loch Schnell Ich weiß nicht, ob die alle die Sounds so laut haben Ich muss mal kurz in meine Höhle In mein Loch rein Das war hier irgendwo Wo ist die Höhle? Wo ist die Höhle? Wo ist sie? Nehmen wir noch aufpassen Dass keiner hier hinkommt Hier Oh, okay Eine Mute habe ich noch Ich glaube, das schaffe ich nicht mal mit dem Eisen Okay Die sollen sich mal alle jagen Oh Das war laut Ich brauche mein Eisen Habe ich echt mein Eisen hier irgendwo in der Höhle vergessen? Wo ist mein fucking Loch Was ich gebuddelt habe Wo ist es? Da ist die Border Ah, die backt hier rum, ne? Die geht gleich wieder kaputt, glaube ich Macht gleich wieder Krach Aber ist ja egal Ah, ich habe so dünne Gänge gebaut Das kann überall sein Okay, ich muss aufhören Wir sehen uns im nächsten Part von Pixelmon Ich hoffe, ich finde mein Eisen wieder Bis zum nächsten Mal Ciao, ciao Tup Uh Uuuuuh